Äh, offensichtlich mein falsches Audio-Kabel genommen. Oh, wow. Äh, unser Turnier ist grad fertig, also. Ja, warte, Online-Turnier? Warte, warte, warte. Ja. Ah, klack da. Sag, wenn du so weit... Ich will kein K.A.R.U. nehmen, weil ich glaub, ich kann ihn noch nicht gut genug, glaub ich. Und ich nehm mal Pikachu. Man muss K.A.R.U. gehen. Ja, die halbe Ausgeburt von A.C., die größte Ausgeburt von A.C.S.R. Also, sind alle bereit? Ja. Oh, ich hab schon gestartet, ups. Rein. Starten, starten, starten. Rein. Christian! Jetzt warte mal auf den Countdown, du dumme Sau! Wir haben alle schon gestartet, jetzt startet mal. Ich hab ja schon gestartet. Aber... Ich hab ja die Christian-Krankheit gehabt irgendwie. Zu gut. Aber der Christian startet immer zu früh. Wir sind schon schon natürlich vergleichzeitig. Nein. Warum nicht? Nur mal hintereinander vielleicht. So. Jetzt hoffe ich, dass nicht wieder ihr drei ins selbe Turnier kommt und nicht ein anderes. Das ist ja toll. Das wäre Spaß und Spannung fürs ganze Saarland. Also, das ist auch für deine ganze Familie. Exakt. Ich bin der Hesse... Ich bin der saarländischste Hesse. Ja. Ja, alle sind im selben. Alle sind im selben. Perfekt. Sehr gut. Oh, ich darf endlich... Oh, geil! Ike! Ja, ich weiß. Das ist egal. Ike, ich freu mich! Ich hab für viele... Lern die Gucken zerstören irgendwie. Alter. Der krasse... Ich liebe es gegen Wii Fit. Digga, ich würde so tauschen, Noah. Ich liebe es, gegen Wii Fit zu spielen. Leute, er hat sich auf das Herz getötet. Anni, Donovan haben wir nie wirklich gegen Wii Fit gespielt. Der, man kann mit dem Fußball so dumme Scheiße machen. Ja, das stimmt. Ich hab da ja auch mal den einen Clip gepostet, den tollen. Ja. Der Ike spammt nur Konter, Side-Bee und Up-Bee. Ich imponierte keine guten Spieler. Der Refit hat mich von 50 auf 100 gekomboset. Das ist schön. Der Ike spammt nur Specials. Oh, geil. Hör auf, meine Angriffe mit Abi zu armoren. Das mag ich nicht. Leute, er hat so... Er hat so aufgelahmt. Darauf kann ich mit Kick-Nim-Rufe zerstören, obwohl er aufgelahmt hat. Ich weiß gar nicht, was geht's, man. Das ist so... Ich weiß gar nicht, was du meinst, grad... Ich auch nicht. Aber er meint, der halber Armour. Nee, er spielt ja mit K. Rool und nicht gegen... Ja. Der ist aber gar nicht so schlecht, als er ja nicht. Oder doch? Der ist schon schlecht, aber... Aber ich bin auch schlecht. Ich liebe auch... Das ist ein Ridley, oder? Ja. Ich liebe das Ridley-Match-Up. Ich weiß nicht, warum, aber ich spiel das so gerne. Ja. Darf ich anmerken, dass ich gegen den Ike verlieren könnte? Einfach nur, wenn er auf 30... Ich weiß nicht, wieviel Spieler. Er hat SD'd. Ich weiß nicht, es wird spannend. Wir waren am Null und gerade noch ein Leben. Er hat SD'd. Komm, Christian. Christian, hast du schon verloren? Nee, das ist ein komischer Benjo-Spieler. Der ist Bernd kein Salzzeit wie... Was? Kann nicht sein. Du lügst. Bannen wir ihn. Der gute alte Hashtag loljannik. Krass. Ich mach jetzt Breakmatches. Uff. Ich habe einen Thunder getroffen auf 70%. Der war einfach toll. Kannst du auch mal gut sein, Noah? Ja, nicht gegen Refit-Trainer und... Oh mein Gott. Oh mein Gott, danke, Alter. Ich liebe ihn. Was hast du gemacht? Ah, du warst der Letzte anscheinend. Ja, ich bekam, weil ich bekam. Ja, ich hab irgendwie... Du willst mal das in die nächste Montage? Ey Gunther, ich hab das irgendwie geschafft, so den Boden zu stampfen und dann so zu wachsen irgendwie. Ich weiß nicht genau wie, aber... Down tilt into F-Smash. Wenn du den Stick runter und dann A machst. Achso. Achso. Kannst du den Stick runter und dann A oder fix? Äh... Den Stick runter halten und während du den Runter-S-A drücken. Okay. Oh ne, ich bin hier nur Channel-Legend, ja. Christian drückt Neutral eher. Ich mag es nicht. Ja, sonst springt. Ich mag es. Ey, Stopp! Nee, der Kontert, der Kontert. Ihhh! 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 Ich mein Mann! Ich mein Mann! Ey, was ist das dein Problem, Alter? Was ist das für eine Kaffee der Spielermann? Was ist das für einen Hohensohn? Ah, schade! Ey, wir müssen so ficken wenn ich verliere. Moin! Wow, attacked! Juhu, dieser Minidick ist ja ein richtiger Hohensohn, Alter! Minilink Man zieh an Link Ja Ah Minilink unser aller Lieblingscharakter Was soll ich denn machen, Alter? Gewinn Achso Jetzt kriegst du's auch hin Ich muss dir das nur erst sagen Rick Astley's Skin für Link Warum? Ich hab alle Rick Rollen Ich sag dir, er ist so ein Schwitzer, Alter So ein Wichser, Alter Ich hasse Pikachu So abgrundtief Hast du Spaß? Nein Ich bin gegen einen schlechten K-Roll Und ich wollte ein Rematch K-Rolls aber nicht Und da hab ich ihn zufällig wieder getroffen Achso, ein Wichser, Alter Ich will es dir so leid, Alter Okay Ich will mich spüren Jetzt hast du ihn nur noch aus und schlag dir, Alter Hehehe Okay Leander wird leicht aggressiv Boah, ich hab dich auf die Hälte, Alter Wirkliche Slammer-Hilfe 2 FPS Das ist bei mir und Christian grad spannend Okay Ja Warum kommt meine Abwehr nicht raus? Die Sache ist Du bist kein One-Hit Ich bin kein One-Hit Ach, komm schon Und? Oh, du Keck Wow Wow, dann recovert er einfach nicht Ja Krass atmosphärisches Ende, muss ich sagen Das war schon episch Episch, ne? Hast du auch gegen Young Link gespielt? Nein, ich hab gegen Christian gespielt Also Und er ist einfach nicht recovert am Ende Oh, ich will gegen Dendorf, komm Scheiße Es kann sein, dass ich gegen den Young Link spiele Wenn er den Wii Fit, der Noah rausgehauen hat, besiegt Und wenn ich gegen Joker gewinne Ich glaub aber irgendwie nicht Ich glaub, was gut wär zu üben war eine KI Die von Spielern trainiert wurde Das wär mal gut Das nennt man Amiibo Ja, das stimmt Stimmt schon, aber ich meinte jetzt so Oh, geil 2 FPS Jeder den Wert nimmt Und dann kann man vielleicht realistischer Und dann wirklich Nicht nur für alle Personen drauf massieren Ich liebe es Ich spiel auf 2,5 FPS gegen Joker Der kann mich einfach, weil ich nicht reagieren kann Downthrow into F-Smash-True-Kombo'n Das ist auf Deutsch ne Kombo, aus der man nicht rauskommen kann Egal was man drückt Das ist doch kacke Äh, jedes Kampspiel hat das Seine Aber das ist fairer Da kann man auch wegkommen Äh Äh Ich weiß jetzt nicht, was man nicht mehr zu sagen soll Da ist Ein Element begin im Kampspiel Die Spiele sind nur alive Und nicht nur alive Und nicht nur alive ist sehr gut Ja, äh Reifens halt, ja Ja, genau Sehst du, du spielst Auf irgendeinen Tipp? Nein, hilf Nein, du hilf Mann Okay, Joker wollte mich mit der GAN Da gibt's gerade schon zu, dass du das geil findest Wie hast du angezogen sein Ich glaub Ja, weiß nicht, aber das ist kein Grund Also Also doch, es ist ein Grund Aber nicht der wichtigste Also Doch, doch schon der wichtigste Aber Nicht der einzige Ja Also Also irgendwie schon der einzige Aber Digga, dieser Joker Hör auf zu existieren Ne, ich bin bei Ihrem Joker Weil wir rauspitchen aus dem Spiel Ja, das wär mir recht Ja 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 Mach's denn schon Joker Ich verliere das Wenn der Typ nicht unfassbar bad ist Oh, Gott, der Teufel Ich glaube, er hat jetzt so wenig Also wenn der Typ jetzt nicht komplett verkackt, gewinnt er das Warum? Weil der mich zerstört Stört Komm Offstage Dann hab ich noch ne Chance Deine Mutter Ja, Alter Boah, der hat auch noch so schön viele FPS So Zwo und halb um den Dreh Jetzt komm Offstage Wie ein Mann Und drück nicht deine scheiß Gun da Als ob der scheiß Grab sich umdreht Ich hab ihn geparried und konnte ihn nicht punishen Ja, ich glaube ich bin tot Ich bin auf 100 Äh, 97 Ja, meine Mutter ist auf 197 Mann, das ist das ganz Gebot Ah, der 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 Ich bin auf 230 Mann, das war ne Scheiße Ja, jetzt hab ich verloren Digga Was ist'n des Zwo FPS Joker Der Zwo Der Der Kein nein also wir können ins nächste turnier dann auch wenn ich jetzt irgendwie grad richtig bock habe auf das spiel nach dem scheiß kam na ja heute nicht nur als anscheinend gerade netter deswegen ist so ein kick christian kannst du einmal nicht zu früh starten ja letztes mal bei dem turnier gerade hast du auch zu früh gestartet ja einmal ist leander zu früh gestartet welcher charakter bist du gerade ist da der hört uns der ist auch drin bist du los wenn ich essen geht dann kündigt es an ich bin wieder ohne was zu sagen ich bin noch immer bin in drei sekunden wieder da Noah streng dich an dann spielst du dann spielen wir in runde 2 und k-roll der wario hier nervt Wario nervt. Ja, ich kann das doch jetzt nicht Runde 1 verlieren. Ja, manche Charaktere können recovern davon. Der könnte sich eigentlich retten, wenn er wirklich gut ist, kann er sich retten. Ja, dass man anders gilt. Achso, wir sind gedacht, dass ich bei der Loot ist. Ich habe den Stranger, Mann. Ich gewinne jeden Moment. Boah, Noah! Ich komme nur scheiße. Du bist nur scheiße! Ich weiß. Oh nein! Aber im Quickplay habe ich ja gegenseitig auch scheiße Sinn. Hey, hey, oh mein Güter! Was? Ich bin vielleicht die Milo-Messer oder gegen Captain Falcon. Captain Falcon ist voll in Ordnung. Ich bin voll der Wetter nicht, oder? Nein. Ich bin echt als scheiße. Bei Captain Falcon fläge ich mich die ganze Zeit auf, weil hier die ganze Zeit irgendwelche Nicht-Dude-Combos-Fans-Suche, die viel so leicht zu retten entkommen sind. Ja, da freut man sich doch. Aber, Digga. Ja, aber mich regt's auf, wie behindert die sind. Also, wir haben hier in der Gruppe... Ich will das mal zusammenfassen. Wir haben hier in der Gruppe Christian, der jedes Mal zu früh ins Turnier geht. Noah, der nie über Runde 1 hinauskommt. Und dann haben wir noch Leander. Der zählt eh nicht. Ich komme aber auch nur beschissene Gegner. Du bist beschissen. Ich bin gerade trotzdem nur beschissen. Digga, ich riech's jetzt schon weg. Ich mach diesen Didi-Di gleich locker so zu-stock. Ja, aber so hatte ich auch keine Chance zu machen. Soll ich so. Stimmt, du hast ja sogar gegen Leander verloren. Ich dachte die ganze Zeit, Leander macht jetzt irgendwie irgendeinen Angriff mit A und dann grabbt er die ganze Zeit. Ja, denkst du, Leander ist kompetent genug? Was soll ich denn auch von dir? Ich kann nichts. Eben! Das erwartest du. Oh, ich darf gegen den Didi die scheiße. Ach, ich auch. Ich bin auch netter. Oh, die Runde danach wär cool. Den Tunling... Ich räche dich. Ich räche dich, Noah. Okay, wie hat dieser Droga fünf Sekunden nach Kampfanfang as hell? Womit hast du ihn angegriffen? Droga hat es in Zukunft gemacht. Ich hab irgendwie gespielt, ne halbe Sekunde Input-Delay. Ähm, der Didi-Di-Di hat Instant as deed. As dee-Di-Di-Di könnte man sagen. Ha. Aber jetzt mal im Ernst, der hat sich Instant mit Abi offstage... Also er war onstage und ist offstage geabbeat. Der spammt Abbi! Wie hast du gegen den verloren? Okay, der DDD ist absolut scheiße. Er bewegt sich aus irgendeinem Grund mit Dodge Rolls nach hinten. Das ist immer die beste Fortdrehungsmöglichkeit. Du bist doch so nett bei den Bayonetta, da kann ich gar nicht handeln. Ich mache gerade den 7. Up Air hintereinander in der Luft, den er getroffen hat. Ich habe ihn locker getustockt, Noah, wie ich es dir angekündigt habe. Du bist scheiße! Auf Deutsch, du drückst in eine Richtung. Ja, okay. Aber mit Bowser ist halt immer auch toll. Und manchmal geht es dann auch nur, dass man irgendwie rauskommen kann, oder? Hm. Oh Gott, ich darf gleich gegen Toon Link oder gegen Young Link. Aber bitte, wenn du gegen Bayonetta kämpfst. Ich bin gegen Bayonetta kämpfst. Alter, ich muss da gegen die kämpfst, wenn du verkackst. Ja, und ich muss gegen Young Link oder Toon Link. Spaß! Der D-D-D konnte nix, der hat kein einziges Van Gogh eingesetzt. Ja! Der D-D-D, gegen den ich gespielt habe, hat es einmal eingesetzt und konnte trotzdem nix. Ne, Noah? Alter, halt's vor der Faust. Selber, du bist schlecht! Ey, Noah, ich hätte gleich eine Chance weiter zu kommen. Wenn Noah gewinnt, dann gegen ihn kämpfe. Und dann könnte ich tatsächlich über einmal weiter drücken. Äh, Noah ist doch schon raus. Äh, warte mal, ein andermal. Äh. Er war, er war ein Blitz als nicht immer kurz, ne? Sicher? Sicher, ja. Wäre ich mir ehrlich gesagt langsam nicht mehr. Nicht, weil es so gut ist, sondern weil Noah bad ist. Äh, äh, äh. Er hat sich gemutet. Okay, hä, ich kann ja, ich kann doch nicht so gucken. Man kann ja die alten Link, gell? Ja. Er hat sich... Übrigens, anscheinend outcampen sich die beiden Links, weil ich ja weiß, dass eure Kämpfe beide fertig sind. Ich freu mich. Ja, das könnte vielleicht sein. Also... Ich freu mich jetzt schon auf den Kampf. Alter, ich darf gegen bei Vanessa landen. Ja, gönn wir. Gibt es einen Unterschied zwischen Toodling und Young Link? Das ist ja vielleicht ein Shadow-Kämpfer, oder? Nein. Young Link spielt sich tatsächlich relativ anders, finde ich, inzwischen. Ja, Young Link ist halt, äh... Toodling. Ich hab das Gefühl, der Hauptunterschied... Toodling ist irgendwie Top-Tier, High-Tier, oder? Und, äh... Toodling ist eher mit High-Tier. Also... Unten beim High-Tier, nicht oben beim Low-Tier. Ja. So, um den... Äh... In die Richtung geht der. So, ich darf gegen Toodling. Ja, ich darf gegen Toodling. Alter, wie geht das? Auf der anderen Seite. Was ist da los? Ich hab kein... Oh mein Gott, was ist geschehen? Und im Lack kann man dieser Scheiß-Kombos nicht ausweichen. Ja, ich glaub auch. Ich verliere einfach wegen dem Scheiß-Lack von dem Kerl. Leute, ich habe natürlich keine Toodling-Kombos, da kann man nicht ausweichen. Was soll die Scheiße? Äh, man kann denen irgendwie ausweichen, aber ich hab auch keine Ahnung. True, aber beim Lack... Na, das meine ich jetzt, ja. Ich hab keine Ahnung, aber... Ich weiß nicht, ja. Also, ich könnte gegen den Toodling verlieren, einfach weil der Lack so auf seiner Seite ist. Ja, aber warum haben die nicht mal eine gute Verbindung, Alter? Was tut die los eigentlich? Oh, aber ich hab inzwischen ganz gut, äh, wieder, äh, aufgeholt. Ich würde später testen, was man für eine gute Verbindung hat, und wir dann den... Digga! Ich dachte schon, das tötet mich jetzt. Das wäre ja komplett lächerlich. Angeblich darf man bei einer zu schlechten Internetverbindung nicht missmachen. Äh, okay. Ich glaub, ich verliere. Was ist das? Ich kämp' gegen einen Kettelwuhl, der sich nicht einmal bewegt hat. Er zieht weg die ganze Zeit nur und kontaktiert. Ah, ich kann's vielleicht... Wie kann er mich dafür panischen, dass er ne dumme Down-Air auf mein Schild macht? Okay, ich lieg' inzwischen gut vorne. Ah, Jura, ich hasse es. Vor allem macht der saudumme Air-Dodges, der Typ. Vor allem immer dieselben. Ich hoffe euch, dass du gewinnt, Christian. Aber ich glaub, das ist so ein bisschen schwierig, wahrscheinlich. Ich spanne... Entweder, dass du die ganze Zeit, äh, auf alles perfekt reagieren kannst, weil du zu zweit zehn Minuten Zeit zum Nachdenken hast, oder der Gegner kommt wohl nicht einfach die ganze Zeit. Du verlierst nur drei Frames, bist am Arsch. Scheiße, Mann. Der Kampf ist viel zu knapp gerade. Viel Spaß mit Bayern. Digga, wie kann der mich dafür panischen, wenn er auf mein Schild down-airt? Das fuckt mich so ab. Ich hab gefühlt ne halbe Sekunde in Bundinnen, ey. Nein! Als ob, was ist denn das? Oh mein Gott, das ist ja schlecht. Das ist ja so ein Bullshit, Alter. Der Typ konnte nichts. Aber bitte, wer muss das tun, Link? Toll. Du warst verloren, Christian, oder? Digga, es ist so ein Trash. Okay, äh, mach wieder ein nächstes Turnier. Ja, letztes für heute dann. Warte noch drei Sekunden, oder so. Ich muss nur den Cowell hier töten. Digga, es fuckt mich grad so ab. Ich versteh halt... Ich versteh halt nicht. Der hat mich die ganze Zeit... Der hat auch mein Schild gedown-airt. Und ich konnte ihn nicht panischen. Also, sag Bescheid, wenn ihr soweit seid. Christian, du wartest. Ja, das passt. So, was kriegt ihr gleich raus? Wir sind Tempo. Ja. Leander, bist du bereit? Leander, bist du bereit? Leander, was? Heinz? Nein, noch nicht, noch nicht. Stopp. Los. Okay, drei, zwei, eins, rein. Was? Soos. Super. Das Soos war ganz wichtig. So, kommt zum Abschluss nochmal alle ins selbe Turnier. Und dann vielleicht hier zwei von uns im Finale, was wahrscheinlich ich und Christian wären, würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Genau. Meine Inputs fühlen sich so vorhanden an, Digga. Der hat auch immer keine Sekunde mehr. Wolle, ich kämpfe gerade hier. Ich kämpfe gerade gegen einen Board, der genau den Spin hatte wie der K. Rool von eben aus Freakplay und er verhält sich auch genauso. Welchen denn? Welchen ist denn? Welchen ist denn? Ich weiß nicht, es ist ja immer so wichtig und trotzdem ist es dann oft so scheiße. Hm. Aber es gab auch online in dem Wii-Teil und da war es absolut schrecklich. Da war jeder Kampf so. Alter, was? Riesenturnier. Leander. Was ist das denn? Leander sehe ich, Noah sehe ich und Christian. Ich sehe euch alle. Ja, wir sind alle in einem Fall. Ja, wir haben unter anderem lauter Leute, die wir heute schon mal gesehen haben. Oh nein. Oh nein. Wenn ich Pech habe, ja Köfte spießt es drin und wenn ich Pech habe, muss ich Runde 2 gegen Palutena. Ich glaube Palutena ist wirklich mein Hass-Match-up im Spiel. Das war's nicht lustig. Okay. Erstens, das Dorf ist mit 20 Sekunden. Oh, Scheiße. Okay, mein Luigi versucht die ganze Zeit Kompos, schaut's aber nicht. Ja, mein Link ist Link. Ich glaub, das sagt eigentlich alles, was man wissen muss. Der hat die Abi mit der Hitbox getroffen, aber ich hab's geparried mit dem Schild. Oh mein Gott, ich hab gewonnen, geil. Ich glaub, das wär ein guter Hunter. Zwar bei mir ne richtig gute Runde gerade. Also, ich gewinn schon gegen den Link, auch wenn er mich ankotzt. Das war wie jeder andere Anfänger bei Scheiße. Ja, und das hier ist der typische Ich-Spam-meine-Projektile-in-die-Hölle-Link. Haha. Schlechte Links. Oh, Noah, wenn du gewinnst, dann lief mich. Oh nein, Hilfe. Luigi, ich lege 200% vorne, aber bitte tötel mich. Ich kann gar kein Mudge gegen, glaube ich. Ja, du bist auf der An... Weil du warst immer so komisches Zeug, was ich nicht erwartet. Leander, dieses Mal bist du auf der anderen Seite als wir anderen. Gewonnen. Das heißt, um gegen einen von uns zu spielen, müsstest du ins Finale kommen. Ja. Ich glaub, wir wissen alle, wie das ausgeht. Na gut, ich glaub schon gut. Und der Luigi hatte gar... Der Luigi war so mittelmäßig, hat die ganze Zeit irgendwelche Kompos versucht, aber nicht krank. Links bei Leander machen die Leute einfach... Einfachen... Das ist ja halt mega scheiße. Dann kommst du sie was zu zahlen, so oder so. Oh. Oh nein, nein. Oh nein, Palutena. Fuck. Was ist denn bei euch unten los? DDD, 2K-Rules und ein Quajutsu. Ja, ich. Da wär ich gerne in dem Teil. Aber ich hab stattdessen hier Palutena, Bayonetta, Link. Mhm, geil. Warum glaub ich, ich flieg raus? Ich kann wirklich nichts gegen Palutena. Die muss einfach irgendeine Scheiße machen und gewinnt. Wohl, Wohl, Wohl. Ich hab mir das... Ich hab mich nach Arna unaufversehen gemacht... ...und dreifend. Naah, ich hätt gewinnen können... DDD, 3H3. A-Wohl, Wohl! Ach, fnck! Ich hab mein Fn... Nein! Ich bin dumm, was hab ich gemacht?! Ich hab mich nach Arna und aufversehen gemacht, warum ich drückt. Na, ich hätt gewinnen können... Na, ich hätt gewinnen können... Hast du wieder Bowser? Ja, ich hätt aber gewinnen können... Wie hieß die gleiche so gut, dieser, äh, dieser, äh... Zero ist gut. Zero ist gut. Ja. Die hieß nicht gut, ich hab aber verkallt. Es war einfach gut von mir, ich hab überhaupt zu irgendeinem Grund auch gesehen. War nach unten gedruckt. Ja, ich bin grad so im Tryhard-Modus, einfach weil's Palutena ist. Ich hab die konnte gut besuchen, wenn er die anbieten magst du uns. Ja, der ist anschauen, wer will sich so denken, what the fuck. Bei mir oder was? Nee, bei uns am Match, weil du auch kein Irmastarkus warst. Ja. Ach stimmt, er kämpft ja gegeneinander. Ja, ich bin wieder da. Ja, keine Ahnung, ist das auch egal. Ich hab ein Wachscheiß hier gebraucht. Schale. Schale, wenn manche weiter kommen können. Äh... Hä? Ja, gewonnen! Gott! Gegen Palutena bin ich immer so angespannt. Weil der Charakter so kacke ist. Du kannst keine Beeren mehr essen, wenn du gegen Palutena kämpfst. Ha, wie lustig. Oh, ich hab richtig Bock jetzt nächste Runde gegen Bayonetta zu kämpfen, ne? Komm hier, ich komm ins Finale und zwar gegen Link, Palutena, Bayonetta, Quajutsu, Zelda. Ja. Das wär doch ne schöne Kombination. Ich hab das jetzt verkackt. Ja, Überraschung. Aber nicht so schrecklich verkackt, also... Du könntest jetzt gegen noch einen K-Rool spielen. Hier sind fünf K-Rools im Turnier, glaub ich, gewesen. Hast du nicht, auch im Turnier nur 16 Leute waren fünf K-Rools? Ja. Davon hab ich einen Screenshot. Ich hab, glaub ich, gegen drei gespielt. Oder zwei... Ne, drei. Und ich hab natürlich das Turnier gewonnen. So. Also, jetzt ein bisschen warten. Wir haben ja auch zweimal DDD. Ich hoffe so, dass Lut Uwu gewinnt. Auch bei dem Namen. Was für ein Lut Uwu? Einfach, weil das andere Bayonetta ist. Ja. Ja. Komm. Also, guck mir jetzt den ersten Kampf von der anderen an. Oh, ich seh jetzt grad ja, dass Köfte-Spieß draußen ist. Nein. Guck mir da hin. Guck mir da hin. Er ist einfach gegen, äh, den anderen K-Rool da rausgeflogen. Und jetzt brauchen die hier noch ihn. Ja! Noch ein K-Rool. Noch ein K-Rool. DDD ist weiter. Gegen drei K-Rool ist hintereinander. Das wär, das wär schon toll, ne? Einfach so drei K-Rool in Folge. Ich mag das K-Rool und ein M-Shop aber tatsächlich mehr als gegen Bowser. Ein M-Shop bei Bowser. Kann mehr dummes Zeug machen und einfach so schön. Was hättest du vor, wenn ein Mensch, äh... Äh, sehr viele Grabs. Ich spiel gegen DDD, aber der wirkt nicht so gut. Ja. Oh mein Gott, dieser Kill am Ende. Oh, du hast gute K-Rool heute in der Mensch. Dieser... Dieser Kampf von der... ...ander. Am Ende sterben einfach beide, weil... ...weil... 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 ...verkack jetzt nicht. Und? Ich will nicht verkacken, ob du's glaubst oder nicht. Das hab ich nicht gedrückt. Ich hab doch gedownbeat! Dann kämpfst du danach gegen noch K-Rool. Nicht sicher! Ich bin grad am verlieren! Und danach wie ein Kling... ...Zelda... ...Zero... ...Zero... ...Donkey Kong. Wer ist das jetzt? Achso, äh... ...Jan. Ich verliere das. Achso. Ich bin... Ich bin grad wirklich nicht dabei. Wir hören doch auch noch auf den Pix, ne? Ja, das ist das letzte Turnier. Ja, aber dann würden wir erstmal frühzeitig verabschieden, äh... ...und dann noch einen schönen Tag. Ja, tschö. Wie hat mich das getroffen? Ja. Ich guck mir jetzt die Kampfer-Köpfe. Das sprich's auch nicht. Ja, sondern ich hab mir jetzt... Der Tres ist aber angefangen! Du Kek, ich nehm doch auf!!! Yeah, sinem ichECT! Rausschneiden. Also noch... Aufsehen... partic bzw... Sperryannn! Oh, ey oh, ey oh, ey oh,提... Ja, scheiße, gut raus. Na gut, Antroschhirt Security. Ja, tschö! Wir müssen nicht beim Counter einführen. Ich bin grad so am tryharden! Komm schon, tryharde dich im Veralfinale. Komm schon, ich habe gewonnen! Was? Wie wurde ich da getroffen? Oh mein Gott! Es war so close gerade, der hätte mich fast mit dem Jethammer getroffen. Alter, wahrscheinlich. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich es schaffe. Egal, du schaffst es. Ob du es schaffst oder nicht, du schaffst es. Einfach zu dem anderen Typen reden, die Spitzschrank werden. Oh mein Gott! Ja! Ich habe ihn so gelesen! Oh Gott! Es war so scheiße knapp. Oh, auf der anderen Seite wäre ich jetzt gerne auf jeden Fall mit der Serie da. Boah, das war der knappeste Kampf, den ich heute hatte. Oh, Donkey Kong ist da drüben noch. Ja, alles tut mir leid. Ja, nein, Zelda. Und jetzt noch mal das große Duell. Duell. Lell. Lell. Ich habe es gelesen. Ich unterschätze immer die Range von dieser scheiß Back-Air bei Quajutsu. Die ist ja auch ziemlich kurz. Und außerhalb noch niggering. Ja. Guter Read, ich weiß. Boah, meine Kack-Inputs. Schade. Schade. Ja. Das war auch ein Fest, aber... Boah, das ist aus Versehen. Da werde ich gedowntiltet. Da bin ich natürlich tot. Wie besteht es momentan? Äh, Christian liegt ein paar Prozente vorne. Ja, und jetzt glaube ich, kriegt er mich gleich. Das ist doch nicht so entschliegen, also... Das nicht, aber... Ja! Easy! Ja, easy. Wir sind perfekt. Plötzlich ist die easy. Ja! Einfach dem Konter ausgewichen und... Ich war bei Zelda im Finale. Ich weiß. Werde ich haben. Alter, diese Kämpfe in diesem Turnier. Das sind ja die besten, Alter. Es ist Zelda, wer hätte es gedacht. Ja. Ich werde leiden. Und es wird keinem Spaß machen. Wer hätte gedacht, dass es keinen Spaß macht, zu leiden, ne? Okay, Zelda drückt instant ab. Ich glaube, ich habe den Gameplan durchschaut. Echt? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Zelda-Upbeat drückt. Das ist doch komisch. Bist du sicher, dass es nur Zelda ist? Nein. Ich glaube, dass es eher mal... Wie hat... Die Box von dieser Upbeat ist halt so lächerlich. Einfach viel. Jede einzelne Online-Selder macht doch immer Upbeat-Mass-Match. Das muss man sich haben. Ja. Nein! Ich hatte den F-Smash-Gab. Ich hatte den Read. Ja, okay. Jetzt habe ich verkackt. Willst du nicht? Ich habe den F-Smash-Gab. Psst. Abonniere. Oh. Hilfe. Abonniere LSM-A. Bleib da. Falls du zu. Okay, ich habe die Abbiege-Armor. Vergiss mich. Ich glaube, das hat man nicht mal gehört. Ach, selber. Nein! Oh, dieser scheiß Lacker! Es ist komplett even. 0% Last Stock, beide. Wow. Wie hittet das nicht? Ja, jetzt liegt der Haus hoch vorne. Ich glaube nicht, dass ich das gewinne. Digga, wie? Wie kann er mich da panischen? Echt? Gott, da habe ich gehört. Der Kampf stinkt so sehr. Wie jeder Kampf gegen Selder. Ich weiß, das überrascht jetzt jeden, dass es stinkt. Nein, ich dachte, er hat gefailt. Ach ja, Leute sind dann behegelt. Ja! Gewonnen. Digga, was war das für ein Turnier? Alle Kämpfe waren knapp. Kannst du bitte aufhören? Man versteht nicht mal was. Man hört nur Rauschen. Das war ja eins am Anfang. Ja, schön. Alle abonnieren. Tschüss. Ich brauche jetzt eine Rente. Ich lasse wieder.